Ja Moin Moin, Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Landwirtschaft Simulator 17. Wir sind wieder auf unserem Map Volks Valley. Ich spule gerade, habe gerade ein wenig gespult, damit die Sonne aufgeht. Ja, wir können mal gucken was hier so läuft bei uns. Gestern haben wir den großen, ja bei mir im Livestream den Community Stream gemacht, Mais Hexen. Das wird bei euch jetzt schon ein paar Tage zurückliegen. Das lässt sich hier alles nicht vermeiden. Denn ich habe ja, wie ich schon mehrfach erwähnt habe, ein wenig vorproduziert. Damit ihr während meiner Urlaubszeit, während ich nicht da bin, auch was zu tun habt oder was gucken könnt. Besser gesagt. So auf der 14 ist was. Können wir zu 14 fahren, gucken ob wir das schon gern. 14 ist gar nicht unseres. 15 ist was. 15 ist Hafer. Guck mal, ist der Hafer schon gut. Ansonsten müssen wir sehen, weil ich glaube hier ist gar nichts gesehen auf die meisten Feldern. Denn am gestrigen Tage waren noch die meisten, wie gesagt, auf dem Community Server. Ja, sehen wir, den Hafer können wir ernten. Läuft. Vorbei ist mal ein bisschen Kaffee. Ja. Ja, ich tippe mal, die werden gestern auf Achtung. Ja, ich tippe mal, die werden gestern auf Achtung. 18 Hafer geerntet haben und den gegrubbert haben gleich. Sieht so aus, denn hier ist ja auch noch Hafer drauf. Ich glaube, Hafer haben wir relativ viel gesät. Ja, ich hoffe mal, die Qualität ist okay. Ich habe sie jetzt ein wenig hochgestellt. Ich hatte ja ein paar Videos gemacht, da habe ich sie in der gleichen Qualität aufgezeichnet wie der Livestream. Nur da wurden sie durch das direkte Aufzeichnen auf der Festplatte irgendwie in einer schlechteren Qualität gespeichert, als die sie bei YouTube denn später verfügbar sind nach dem Livestream. Da mich jetzt unwahrscheinlich überrascht, wie gut die Qualität ist, nachdem die Videos bei YouTube die Livestreams gespeichert sind. Da bearbeitet YouTube anscheinend unwahrscheinlich viel nach. Also das ist einwandfrei. So, ich habe hier auch irgendwas gehört, dass sie einen größeren Drescher wollten hier. Meine Kollegen. Da muss man mal gucken, bis sie wieder da sind. Dass wir uns immer einen größeren Drescher kaufen. Vielleicht wäre ein zweiter noch sinnvoller. Obwohl, in den meisten fällt hier nur einer einen Drescher. Oh, Sonne geht auch draußen. Schön, bei mir ist es 8 Uhr morgens. 8.30 Uhr. Schön eine entspannte Runde zocken. Oder ein paar Runden mal gucken. Muss ja ein bisschen, wie gesagt, vorproduzieren. Denn im Juni steht ja mal eine große, äh, große Reise. Geht's über Österreich nach Italien. Dann bin ich mindestens zwei Wochen nicht da. Oh, ding, ding, ding. Boah. Mindestens zwei Wochen nicht da. Und da sollt ihr auch was zu gucken haben für meine Zuschauer-Abonnenten halten. Beziehungsweise die noch was bieten. So. So. Wie gesagt. Ach, endlich wieder mit den richtigen Mods spielen hier, mit Lens und so, dann sieht man wieder was passiert, nicht wie beim Häckseln, so dass du nur GPS Mod, wie ich da reingehauen hab, nur GPS Mod zu haben, ja was sieht man, bei unserem Sägewerk kann ich mal hinschrecken, bestimmt kein Brennmaterial mehr, dieses blöde umschalten, hier kann man das Sägewerk auffüllen. Ist voll. Ok. Da steht noch ein Trailer Stroh, hat er denn irgendeine Meldung, warum er nichts macht oder hat er kann. Holz haben wir auch. Info, Bretterpalette voll. Tja. Ich tippe mal, da wird einer gegen gefahren sein. Wenn er sagt Bretterpalette voll, ich kann mal die Zeit kurz spulen. aber da wird nichts passieren. 4.000, die ist voll und er denkt das irgendwie, ja voll. Tja, was machen wir da jetzt? Ich glaube ich lasse es für meine Kollegen stehen, die kennen sich besser mit dem Sägewerk aus. Dann sollen die nachher da rausziehen. Tja. 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 aufnahme zu konzentrieren beim leisten muss man immer so vieles parallel machen mehr dass die leute da und hier erst mal ist das mit ihr schnacken oder den live chat auf diesen fragen die fragen die beantworten muss jetzt ist das hier so ein bisschen ruhiger und ich denke einige finden das auch besser was gibt es entspannteres also morgen stehst auf musst du entspannen macht den kaffee setze ich vor den rechner erst mal ein bisschen zocken und kaffee trinken ich finde es herrlich vor allen dingen alle 17 ist so ein spiel was so richtig entspannend da ist nichts stressiges bei ich meine es gibt andere spiele wie battlefield counter strike da stehst du unter spannung da musst du leistung bringen hier fährst du echt gemütlich das feld hier wirtschaftst du was also du siehst auch was passiert kannst du vergrößern hier mir fällt dazu kaufen nach jahr so kann das liebe spaß machen aber so äh da so 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 Ja, ich weiß auch gar nicht, ob ich die alten Folgen nicht aufgezeichnet habe. Das sind so 10 Folgen oder was, die ich in Stream-Qualität aufgezeichnet hatte. Ob ich die überhaupt hochladen werde. Denn mir gefällt die Qualität nicht. Ich meine, am besten ist die Qualität immer, wenn ich mit GeForce Experience aufnehme, weil er direkt in den Grafikkartenausgang quasi direkt aufzurechnen ist. Besser geht es nicht. Nur OBS ist halt mit den Gimmicks und sowas, du mit OBS machen kannst. Das ist einfacher. Du kannst hier die Kamera leichter reinsetzen. Bei GeForce Experience geht das auch. Dann habe ich sie auch direkt im Sichtfeld. Dann ist es nicht wie bei euch, dass ich den ganzen Bildschirm sehe und die Kamera später raufgepackt wird. Sondern bei GeForce Experience ist es dann so, dass ich die schon in der Aufnahme sehe. Meine Kamera ist quasi schon im Bild drin, dass ich es sehe. Wenn man nicht meint, so groß ist ja die Qualität der Qualitätsunterschied dann auch nicht. Wenn ich jetzt 4K aufnehmen würde, wäre es was anderes. Dann würde ich es wahrscheinlich machen. Weil es wahrscheinlich einfach vokülfreier laufen würde. Weil GeForce Experience braucht unwahrscheinlich wenig CPU-Last. Ja, läuft. Ja, läuft. Untertitelung des ZDF, 2020 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 96 sind häufig manuell zum abbunkern ich weiß nicht ob ich das auffällt aber wenn ich hier kurz vor allem war ich ja meistens ein stück weiter noch das ist einfach nur weil ich jobs hier auf der fläche ich auch verteilt haben möchte die sonst leer bleiben würde katastrophe so kriegen wir ihn voll nicht ganz aber gut dann sage ich danke fürs einschalten und das war es mit dieser kleinen folge ich würde mich sehr freuen wenn ihr meine kommentare schreiben würde jetzt ob ihr lieber die innenansicht oder außenansicht seht und ja ich würde mich über ein like freuen natürlich abo wenn auch kein star gelassen hat es gerne herzlich dazu eingeladen gut bis zum nächsten mal ciao